. Sie hat über 200 Euro gefahren. Wir wurden jetzt noch zu einem Standort dran, zu einem Standort anbieten. Wir haben noch einen Standort zu machen, mit dem man den Menschen, die wir verzeichnen, an der man eine Wärme auf den Beruhigen auf die Anbieter unsererretration auf den Betrachter, dem wir nicht nur hat es sich, ist, dass wir nicht gut sind. Wir lernen es auch im Standort, sondern wir brauchen uns nicht nur auf den Knaus, wir erkennen die�� Damnorten, die dieser Kompetenz, die innehren unter der Bebellion her. Doch wir waren auch hier. Am Ende der cuerpo ist er gleich, aber wir waren auch hier hinten, Danke, Herr Vielen Dank.